Audio Post. Geklickt. Gehört. Bald ist es wieder soweit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Aktuell sind wohl viele damit beschäftigt, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und nicht selten werden Computer oder Laptops verschenkt. Dass die neuesten Modelle einiges können, steht außer Frage. Aber wie ist eigentlich der Stand der Dinge in Sachen Sicherheit? Ist da eigentlich immer gleich ein geeigneter Virenschutz drauf? Bei Microsoft ist sie seit Windows Vista integriert, aber erst seit Windows 10 so richtig gut. Auch beim Mac gibt es diesen Schutz, nur muss ich den noch aktivieren, bevor er seinen Dienst tun kann. Das sagt Experte Andreas Wiesler. Er ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Ob an den Partner, die Kinder oder die Oma. Ein Computer oder Laptop als Weihnachtsgeschenk freut einfach jeden. So viel ist ja schon mal klar. Aber können die Glücklichen dann auch direkt unterm Christbaum loslegen? Oder gibt es vor dem ersten Mal hochfahren doch etwas zu beachten? Jede Software hat heute Lücken, sei es das Betriebssystem oder eine Software, die ich sonst nutze. Der Druck für die Firmen, immer neue Features herauszubringen, ist enorm gross. Und Fehler sind halt nun mal menschlich. Darum immer das Gerät aktualisieren. Auch wenn es mühsam ist und viel Zeit braucht, machen Sie es. Und wer zusätzlich eine vernünftige Firewall oder einen anderen richtig guten Schutz für seinen PC haben will, muss nicht einmal tief in die Tasche greifen. Viele Anbieter von solchen Lösungen bieten für private kostenlose Versionen an. Diese haben zwar auch Nachteile, wie beispielsweise verzögte Updates oder Werbung, aber von der Funktionsweise sind die identisch zu den kostenpflichtigen. Von den Sicherheitseinstellungen, die auf Laptops oder Computern bereits festgelegt sind, sollte man jedoch die Finger lassen, rät der Computerexperte. Gerade Windows 10 bietet einen soliden Grundschutz. Da würde ich nicht mehr so viel verändern. Bei zusätzlichen Programmen gibt es oft so viele Einstellungsmöglichkeiten, da blicke ich selbst als Profi nicht mehr dahinter, was sich jetzt genau dort versteckt. Hier muss ich wohl oder übel den Anbietern vertrauen. Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner, aufgepasst! Und Experte Andreas Wiesler hat noch einige Tipps für den Computerkauf. Ich würde auf jeden Fall fragen, ob es sich um ein aktuelles Gerät handelt oder ob es der Ladenhüter vom letzten Jahr ist. Gerade bei älteren Geräten habe ich die Gefahr, dass der Hersteller gar keine Updates mehr liefert. Und dann wird es gefährlich. Dies ist aber oft nicht der Fall, daher freuen Sie sich über das neue Gadget unter dem Weihnachtsbaum. Audio Post. Geklickt. Gehört.